Hallo Modellbahnfreunde, in Teil 2 der Vorstellung der CS2 geht es um das Anmelden und das Einstellen einer MFX-Lok. Viel Spass beim Zuschauen. Eine MFX-Lok anmelden ist ganz einfach. Man stellt sie auf das Gleis und schaltet den Strom ein. Jetzt geht es halt einen Moment, man sieht aber schon hier, dass es etwas tut. So, jetzt sehen wir, dass sich die Lok wirklich von selber anmeldet. Man muss überhaupt nichts machen. MFX-Andrück und wir haben die Lok auf dem Display. Im Prinzip ist es schon fertig, aber halt nur im Prinzip, weil die ganzen Einstellungen, die man spezifisch machen will, muss man noch immer noch machen. Wir gehen hier in die Einstellung. Jetzt haben wir auf der ersten Ebene ein paar grundlegende Sachen, die man einstellen kann, wenn man will. Meistens ist es so, dass viele Sachen hier schon in Ordnung sind. Den Namen, den wir hier haben, können wir verändern, indem man die Tastatur antippt und kann hier anders einstellen. Das kann von Vorteil sein, wenn man mehrere gleiche Loks hat und spezifische Namen geben will, damit man die Loks erkennt. Dann hier ist es klar, es ist eine Diesellok. Also wir können hier auch auswählen, aber das bleibt so. Dann bei einer MFX-Lok können wir hier nichts einstellen, weil eine MFX-Lok meldet sich immer im Format MFX an. Die Lokadresse können wir bei einer MFX-Lok auch nicht einstellen, weil das ist gegeben. Dann haben wir hier ein paar Grundeinstellungen. Jetzt muss man aber aufpassen. Komischerweise kann man, auch wenn es hier so aussieht, nicht alle Einstellungen verändern. Also zum Beispiel, die Anfahrgeschwindigkeit können wir zwar hier verändern, aber es ändert in der Lok nichts. Auch die Bremsgeschwindigkeit, oder Bremsverzögerung besser gesagt, ändert sich nicht. Wenn ich jetzt aber Vmin antippe, sieht man, dass es gelb wird. Und alle, die gelb werden, die kann man verändern. Aber eben gesagt, nicht alle. Und ich weiss nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Ich habe mir angewohnt, immer alles nach Möglichkeit in den CV-Werten zu ändern. Weil dann bin ich sicher, dass es auch nicht übernommen wird. Jetzt sehen wir auch den grossen Nachteil von MFX. Weil immer bevor man etwas verändern kann, wird der ganze Dekod rausgelesen. Viele, die andere Formate fahren, stören sich daran, weil es geht immer einen Moment. Der grosse Vorteil ist aber natürlich, dass man die Lok direkt auf den Gleisen programmieren kann. Das heisst, man braucht sie nicht auf einen Programmiergleis zu stellen. Man kann zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit direkt anschauen. Weil man ja immer verstellt, programmiert und sieht, ob es einem gefällt. Bei mir ist es so, dass ich in den Einstellungen immer zuerst die Höchstgeschwindigkeit anpasse. Weil ich fahre so, dass ich den Drehregler normalerweise immer voll aufgeschraubt habe. Darum muss ich die Höchstgeschwindigkeit relativ tief runterschrauben, damit es einigermassen anständig aussieht. Warum mache ich das so? Ich fahre ja ohne Computer und habe im Bahnhof Bremsmodule, die bei einem roten Signal, dass das nicht den Strom abstellt, sondern den Fahrbefehl wegnimmt. Und jetzt ist es so, dass die Bremsverzögerung natürlich abhängig ist von der Geschwindigkeit. Darum stelle ich zuerst die Höchstgeschwindigkeit ein. Und danach mache ich mit mehreren Versuchen, zuerst mal ohne Wagen. Dann mit Wagen schaue ich, wie gross die Bremsverzögerung sein muss, dass der Zug schön im Bahnhof anhält. Und dann erst fange ich an mit den anderen Sachen, wie die Anfahrverzögerung, weil die ist ja Geschmackssache. Die Mindestgeschwindigkeit müsste man eigentlich nicht verstellen. Es gibt aber Loks, die haben irgendwie Probleme mit Anfahren. Und dann kann man hier höher oder tiefer stellen, bis sie sauber anfährt. Meistens muss man aber nicht verstellen. Dann die Geschwindigkeitstabelle, die ist noch interessant. Weil hier kann man die Brems- und Beschleunigungskurve einstellen. Also je nachdem ist es schöner, wenn sie im ersten Moment schnell anfährt und dann langsam beschleunigt. Oder umbekehrt beim Bremsen dasselbe natürlich. Langsam bremst und im letzten Moment richtig auf die Bremse steht. Oder es ist interessanter oder schöner, je nachdem, was man für einen Zug hat. Ob man einen Güterzug oder einen Personenzug hat. Dass man ganz langsam beschleunigt und dann immer schneller. Je nachdem. Man kann übrigens auch jeden Punkt separat einstellen, wenn man will. Das sieht man hier. Aber da muss man wirklich sehr viel Geduld haben. Und meistens auch noch das Glätten einsetzen. Weil sonst bringt man es kaum hin, dass es einigermassen aussieht. Jetzt gehen wir noch zum Sound. Dort stelle ich normalerweise die Lautstärke ein. Weil hier 255 ist, soviel ich weiss, das höchste. Also diese Lok ist sicher zu laut. Dann die Bremsschwelle. Das ist etwas, das man ausprobieren muss. Weil es ist so. Man möchte ja, dass die Lok eine gewisse Zeit quietscht, bevor sie zum Stillstand kommt. Und je nachdem, wenn Loks ausgeliefert werden, quietschen sie länger oder weniger lang. Und mit der Bremsschwelle kann man das einstellen. Aber man muss vorsichtig sein, weil es kann sein, wenn man die Zahl zu tief wählt, dass nichts mehr passiert. Aber genauso kann es sein, wenn man die Zahl zu hoch wählt, dass auch nichts mehr passiert. Das muss man einfach ausprobieren. Dann ist es so, Soundabstand, Fahrstufe 1. Da würde ich nichts verstellen. Es kann höchstens sein bei Dampfloks, wenn man das Gefühl hat, dass die Dampfstösse nicht stimmen, dass man hier etwas korrigiert. Aber grundsätzlich mache ich hier eigentlich bei einer Lok, die vom Werk her eingestellt ist, überhaupt nichts. Bei sonstigen Formaten und sonstiges Vorrat muss man eigentlich nichts einstellen. Aufgepasst bei einer MFX-Lok nicht. Bei anderen Loks muss man denen natürlich sagen, auf was für einer Anlage sie fahren. Ob sie auf einer DC- oder AC-Anlage fahren, sonst wissen sie nach dem Start nicht, was sie machen sollen. Aber bei einer MFX-Lok kann man das gross sein lassen. Ich habe jetzt bewusst nur die wichtigsten Einstellungen gezeigt. Wenn ihr spezifische Fragen zu anderen Einstellungen habt, könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben. Gehen wir wieder zurück. Das war es eigentlich für heute. Was ich im Video vergaß zu erwähnen ist, wenn man eine Einstellung übernehmen will, muss man einfach auf die schwarze Lok mit dem Pfeil nach unten drücken. Das ist alles. So, das war der zweite Teil meiner Vorstellung, der CS2. Im nächsten Teil geht es dann um die Anmeldung einer Lok mit DCC-Format. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ciao zusammen, euer Andi. 1 1 1 2 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020